Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute spielen wir mal die Only-Kid-Challenge und das nicht alleine, sondern ist Craygon wieder mit dabei. Hi! Viel Spaß mit dem Video! Ich nehme Chef, weil ich ein Schwert habe. Ja, wir müssen ein gutes Kit auf jeden Fall nehmen. Das gibt's nicht mehr so. Ich nehme Chef, weil ich ein Schwert habe. Weil wir dürfen ja nur Sachen aus dem Kit nehmen. Ja, ich habe auch ein Schwert, weil das ist wichtiger als Rüstung tatsächlich. Ja, aber das war doch die Map, wo du auch überall hinspringen konntest, tatsächlich. Das ist auch sehr gut. Ich habe leider keinen Rang, sonst könnte ich uns aussuchen immer welche Map. Ach, schade. Scheiße. Das war nicht so gut. Alter, du bist Jump-Run-König in Person. Ich kann halt leider das Schwert nicht mal entchanten, das ist das Traurige. Oder wenn du es in Diaschwert findest, schattest du nicht mal das Diaschwert. Nee, das ist viel trauriger für dich. Ja, schon irgendwie. So, dann müssen wir es halt ohne Qui-Gon schaffen. Schade. Ja, dann machen wir es. Okay. Das wäre es halt... Das wäre es halt jetzt... Das wäre es halt jetzt... Nur unter 2 Minuten gestorben. Ja. Ja, Aufnahme geht unter 2 Minuten. Ich bin tot. Ja, das wäre es halt jetzt. Ich schaffe es... Ich schaffe erst mal... Du hast für deine Aufnahme nur den Tod. Ja. Auf den ersten habe ich so, ist es nicht. Du hast das erste gesamte Team. Junge, das wäre jetzt wirklich lächerlich. Traurigerweise wäre das aber nicht mal was Neues bei mir. Komm, gib mir die Kill. Danke. Wer kennt und abstauben will. Natürlich. Irgendwas muss ich ja machen. Ich habe keine Rüstung. Hinter dir. Ja, das kam ein bisschen spät tatsächlich. Ich kriege ja die geilen alle auf mich. Und ich... Ja, isst du. Die Falken sind nicht jenseitig. Das müsstest du eigentlich reinmelden wie ein Torsteaming. Sag gerade, wer kommt hinter mir. Schadet. Ja. Ja. Der eine Gap gegen mich. Mh... Gap beide. Ich hab's gesehen. Okay, der Typ hat jetzt ein gottloses Glück, dass er das geschafft hat bis darüber. Also, das ist schon irgendwie gerade schwach. Ja, schon. Ja, da hinten. Der nächste. Das hat schon ein kleines Problem. Ja. Das geht's. Lafriana Richter und sonst einfach. Wow, stets. Habe ich ihn? Ja, ich habe ihn durch. Es gibt nur noch so los. Das ist gerade wirklich traurig. Das ist so traurig. Ja, die boosten sich. Es gibt nur noch so los jetzt. Das ist gerade wirklich traurig. Oh, du musst aber nicht nur auf dem Herzen. Ja, das ist gerade das ganze Problem. Ich muss noch kurz was essen. Die Geile aber alle auf mich. Das ist krank. Nein, Team A versucht, das eine Team zu vernichten. Das ist ziemlich mit dir, hä? Ich bin Topkiller, was willst du? Ja, ich darf die Rüstung halt leider nicht anziehen, ne? Ja. Nein, ihm ist das zu leicht, dich so zu besiegen, Minecraft. Das ist so oft Disrespect, weißt du? Hä, ich habe drei Leute getötet, was will der? Das ist so Disrespect für ihn, weißt du? Er möchte nicht, dass du jetzt so stirbst, weißt du? Er möchte, dass es ein bisschen fairer ist. Ja, das ist schon irgendwie traurig. Na gut. Nein, er debt. Ja, aber da ist ein anderer, der an der Straße sucht. Also, wenn die beiden sich jetzt gegenseitig töten, dann ist es ja schon mal ganz gut eine Voraussetzung. Ja, da hast du direkt ein Win, wenn die beiden sich gegenseitig töten. Okay, einer ist tot. Ist ja nur noch der eine. Mhm. Weil wenn ich mich jetzt Sneaky ranche. Und das ist der, der Disrespect macht. Digga, er schlägt mich mit einem Gap. Nein, er hat das geschafft. Ich habe es geschafft, in der ersten Runde? Das ist traurig, Alter. Das ist traurig. So, Leute. Dann war es das auch schon mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo. Da schaut doch gerne bei Crying vorbei. Er ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann wünsche ich euch allen noch einen traumhaften Tag oder was würde ich sagen. Ciao. So, Leute. Let's see... I saw... Thege... Thege... See... Thege... Thege... Untertitelung des ZDF, 2020